Ja, guten Tag und Happy Halloween. Heute haben wir Halloween und heute spielen wir nicht Shopping Tycoon oder 9-1-1 Operator. 9-1-1 Operator kam ja schon gestern, heute spielen wir. Passend zu Halloween, ein harmloses Spiel, Emily Wants to Play. Ne, Stuhl, nix besonderes, also könnte, ja sind es drei Leute, könnte eigentlich auch heißen Tobi Wants to Play. Ich starte mal das Spiel und dann so wird, ich bin ziemlich schreckhaft, deswegen also zog ich sowas eigentlich gar nicht. Aber heute ist ja Halloween, da kann man ja jetzt nicht irgendwie Shopping Tycoon zocken, das passt ja irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mir mal so ein tolles Spiel mit so einem Stuhl mir ausgesucht. Los geht's. Hallo. Du bist schon mal in so einem. Du bist hier. Okay. Ja. Fängt schon gut an, ey. Ganz nochmal Raum, ein paar Bilder, ne. Ruhe für Potswölf. Ach guck mal, da ist noch ein Clown. Eigentlich alles ganz harmlos. Ne. Laufen mal hier durch den Raum. Hallo. Oh, was tut er da auf dem Boden. Schönes Bild. Gucken wir hier durch die Türen. Ne, scheinbar aktuell nicht. Kommen wir auch wieder zurück. Oh, dunkel, hell. Ich bin so angespannt, ne. Glaubt er gar nicht. Okay, da geht ne Tür offen. Weiß was, da gehen wir auch einfach rein, ne. Kann ja jetzt nicht so schlimm sein. Guck mal, da geht noch ne Tür offen. Wir können uns noch mal umdrehen. Da ist nix. Sucht er alles noch ein bisschen zum Beispiel, ey. Komm mal, hier ist ein Bett. Komm mal, schön schlafen legen, ne. I think they want to kill me. Ja dann. Halt schon, die gehen hier mal auf. Das ist bestimmt sehr seriös. Gehen wir einfach hier rein. Oder oder auch nicht. Fernseher. So. Schauen wir mal, was hier so ist. Oh, ne Uhr. Ah, 12 Uhr, ne. Tür genau zu. Dunkel. Da gehen wir nicht rein. Sieger. Oh, tolles Bad. Die Lichtschalter hier. Ich weiß gar nicht, was ich machen wusste. Aber ist auch egal. Boah, ey. Wieder zurück zur Uhr. Wo geht es denn hier? Das wäre mal schön. Also, versuchen wir nochmal, ne. Mal schön bespielen, ne. Weiterhin, 12 Uhr. Wo sind wir denn hier? Ich brauche die Tür zu machen. Ein schöner Laptop. So, und look at her. Okay, danke für den Hinweis. Was war das wieder? Ja. Hallo? Oh, kann man hier wieder durch? Wieder zurück? Toller Lagerraum hier. Gibt es hier noch? Wo ist noch eine Tür? Ja, er will die Wort zu playen. Er ist ja schönes Spiel. Don't look at her. Shift ist rein. Ich glaube, ich bin hier nur hier durch. Kommt, nicht hier rein. Geh natürlich hier rein. Diesen tollen Lagerraum. Oh, da kommt sie wieder. Nein, du bist da nicht. Oh, schnell weg. Die ist ja ganz schön schnell. Oder noch hier irgendwas. Warte, wenn sie weiterhilft. Ich schreibe mir hier vor jedem Schatten erst. Also noch mehr Schatten. Ah, schnell weg. Jetzt wird er hier. Kommt gleich. Ah nein, da gehen wir nicht rein. Was ist das denn für eine, ey? So geil. Ja. Wie gesagt, Mailmenü. Wir machen aber auch Mailmenü, ne? Ich sag mal ja, das war jetzt erstmal was für mich in dem Ausflug des Horrors. Ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre, wie ich bereits erwähnt hab. Und ja, Emily Watts, ja, das seht ihr nicht, weil ich davor bin, aber gerade bei den drei Typen aufgetaucht. Ja, man musste irgendwie wegrennen, aber... So gut ist mir da, glaube ich, nicht gelungen. Naja, ich sag da mal, bis dann zu Shopping-Taku oder 9-1-1-Operator. Da passiert's aber nicht. Das ist ja auf einmal Menschen nicht anspringend, Mädchen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.